Hallo ihr Lieben! Ja, ich bin hier gerade im Iron Bear Gym in Lengerich und ich konnte ja leider am Samstag nicht an eurer 3-fach Front Squat Challenge teilnehmen. Deswegen würde ich das jetzt gerne noch nachträglich tun und meinen Beitrag dazu auf jeden Fall leisten. Sorry, dass das nicht geklappt hat. Ich war auf jeden Fall da bei euch mit den Gedanken. Ich versuche jetzt mal 80 Kilo. Ich habe mich dementsprechend warm gemacht. Hier das ist eine 20 Kilo Bar, 10 Kilo und nochmal 15 auf jeder, 20 auf jeder Seite. Also 30, 60, 80 Kilo. Ich versuche das jetzt mal. 12 Kilo 13 Kilo 14 Kilo 16 Kilo 14女 80 Kilo Ich denke, es geht noch mehr Aber ich glaube, ich will heute bei den Temperaturen nicht Tschüss, alles Liebe